Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung F1 22 basiert. Nachdem ich in den letzten Tagen zwei Videos bezüglich der Boxeneinfahrten hochgeladen habe, folgt nun der Part mit den Boxenausfahrten, und zwar die fünf schlechtesten. Eine Sache noch, tut mir bitte einen Gefallen und schreibt mir bitte mal in die Kommentare, welche dieser Strecken sind denn eure Top 5? Gerne auch mit einer kleinen Begründung dabei, ich mag es nämlich, wenn wir in den Kommentaren ein bisschen diskutieren. Also würde ich sagen, legen wir los mit dem Ranking. Auf Platz 5 haben wir den Circuit des Barfranco Show. Eine etwas enge Ausfahrt, aber wegen den kalten Reifen kann man sich da wegdrehen, ist mir in F1 2021 auch schon passiert und da waren die Reifen 10 Grad Celsius höher. Also zusammengefasst, ich bin gar kein Fan dieser Ausfahrt. Auf Platz Nummer 4 haben wir den Circuit Park Zandvoort. Identisch zu Spa, sehr enge Ausfahrt, Chance auf Fluggeschaden ist da hoch, und ein Dreher am Ende trotz der kalten Reifen ist auch nicht unmöglich, also sachte mit dem Gaspedal. Die alte Ausfahrt fand ich im Übrigen besser, obwohl die genau auf die Ideallinie führte. Auf Platz 3 haben wir den Barco City Circuit. Sie ist zwar nicht so eng wie die Ausfahrt in Sanford und es ist ja auch quasi nur ein breiter 90 Grad Linksbogen, aber der Pit Limiter hört genau in der Kurve auf und die, die ihn auch automatisch abschalten lassen, erleiden wegen den nur 70 Grad Celsius kalten Slicks entweder einen wetten Quersteher oder die drehen sich komplett weg. Ist mir beide schon passiert. Auf Platz 2 haben wir den Circuit de Monaco. Eine sehr enge Ausfahrt, Chancen auf Warning wegen Überfahren der Boxenausfahrtslinie ist da hoch, also aufpassen und aufpassen auch wegen Flügelschäden ist mir zwar noch nicht passiert, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Und auf Platz 1 der Marina Bay Street Circuit. Die Ausfahrt kann selbst Dave Gaming nicht leiten, das hat er in einem seiner letzten Videos auch gesagt. Eine viel zu enge Ausfahrt, die Chancen auf Flügelschaden sind da verdammt nochmal hoch und man joint direkt auf der Ideallinie in Kurve 3. Also immer wenn ich bei der Boxenausfahrt von Singapur stehe, denke ich mir nur so, Was ist das denn hier? Ja, das könnte man so sagen. Das fasst es in etwa zusammen. So liebe Freunde, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal supporten, ihr wisst ja wie. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und zwar am Anfang der nächsten Woche. Macht es gut, bis dann und ciao. Bis dann.